Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu deiner Monatslegung für Juni 2024. Schön, dass du wieder zugeschalten hast, dass du hier mit dabei bist. Und ich begrüße alle, die die Jungfrau im Aszendenten, Mond, Mars oder Venus Zeichen haben und natürlich auch alle Crosswatcher. Wenn ihr über Aszendenten, Mond, Mars, Venus ein bisschen mehr wissen wollt, was hat es eigentlich damit auf sich, die Jungfrau zum Beispiel im Mond zu haben oder so, dann guckt gerne in die Beschreibung meiner Playlist, da habe ich euch das kurz zusammengefasst. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die den Kanal schon abonniert haben und auch natürlich bei allen Neuabonnenten, denn es ist ganz toll, dass ihr so viel Interesse bekundet und die Wertschätzung und die Unterstützung einfach für den Kanal und für meine Arbeit. Das finde ich super schön. Auch danke immer für eure Zuschriften. Freut mich total. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet schöne Pfingsttage bei bestem Wetter. Ich ja, hier im Süden Bayerns. Es war wirklich wie im Hochsommer. Für alle, die neu hier sind auf diesem Kanal, ganz kurz zur Erklärung. Mein Name ist Tanja. Ich werde für dich hier zwei Stapel auslegen und zwar einen mit allgemeinen Energien und den anderen in Form von Engelsbotschaften als Empfehlung für dich. Die Karten, mit denen ich hier arbeite, die findest du in der Infobox unterhalb dieses Videos verlinkt und du findest dort auch den Link zum weiterführenden Reading, falls du mit diesem hier in Resonanz gehen solltest und mit mir gemeinsam tiefer in die Situation eintauchen möchtest. Du findest in der Infobox alles Wissenswerte, was es vielleicht sonst noch Interessantes gibt und du findest dort auch die Zeitstempel. Und so kannst du ganz bequem den Mischprozess übergehen und zur Deutung vorspringen. Ich bin gespannt, was der Juni den Jungfrauen bringt. Fange an zu mischen und schau mal, was für eine allgemeine Energie wir hier bekommen aus der Herzpoise. Ich bin gespannt, was er da ist. diese hier soll es sein jungfrau beim mischen habe ich eine energie aufgenommen kann sein dass du momentan so ein bisschen ausgelaugt bist müde so ein bisschen so geschafft einfach urlaubsreif vielleicht auch ja könnte man es nennen guck mal ob das auf dich zutrifft und hier heißt es glück ist liebe nichts anderes wer lieben kann ist glücklich glück ist liebe nichts anderes wer lieben kann ist glücklich jetzt gucken wir weiter bist du unglücklich fertig das geradeaus danke danke Hm? So, was haben wir denn da alles? Ich nehme die Ländermorkaden. Ich nehme die Läge. Okay. Okay. Ich nehme die Herzflüsterkarten. So, die Kurtepa war ein Kärtchen als Ergänzung. Und wie du vielleicht merkst, ist meine Stimme total belegt. Aha, aha. Und die Atemik-Cards. Ich bin nicht krank. Gut. Du liebe Zeit. Entschuldigt bitte. Aber das ist dieser Legung geschuldet. Liebe Jungfrau, ich denke nicht, dass du das bist, ganz ehrlich. Sondern dass es ein Mensch ist, mit dem du es zu tun hast. Dieser jemand hat sich dir gegenüber sehr verschlossen gezeigt. Du bist nicht durchgedrungen zu dieser Person, beziehungsweise wenn ihr noch Kontakt habt, dann dringst du nicht durch zu dieser Person. Mir raubt schier die Luft. Also, vielleicht merkst du das. Das tut mich momentan gerade wirklich schwer. Diese Person schweigt sich aus, absichtlich. Und man steht, man steht sich hier im Weg. Man steht sich hier selber im Weg. Man steht der Gemeinsamkeit im Weg, dem Miteinander. Und denk an deine Hauptenergie. Hier heißt es, Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Aber hier weigert man sich. Hier haben wir die Traumdiebe in Weigerung, dem Ruf zu folgen. Also, man verweigert sich letztendlich für dieses Miteinander, für dieses Zusammensein oder weiter Fortschreiten, für dieses Miteinander, ein konkretes Miteinander. Ein gemeinsamer Weg. 22 ist die Partnerschaftszahlen, wir haben hier die Wege bekommen. Hier kommt ein Kontaktabbruch. Also, so leid es mir jetzt tut, wenn ich das sagen muss, aber hier kommt ein Kontaktabbruch. Aber nur ein Kontaktabbruch für kurze Zeit. Also, es ist, diese Person ist inkonkret, wieder mal total inkonkret, diese Person. Und man macht hier viel mit sich selber aus. Wir haben hier eine dunkle Karte. Wir haben hier den Mond. Wir haben hier die tiefe Ruhe. Und ich glaube, auch die brauchst du. Ich glaube, dass du ziemlich angeschlagen bist momentan. Und ich habe es beim Mischen gemerkt. Ich habe das Gefühl von Erschöpfung wahrgenommen, von ausgebrannt sein, von ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich weiß nicht mehr wie oder ich weiß nicht mehr weiter. Urlaubsreif, ja, solche Dinge habe ich einfach wahrgenommen, beim Mischen schon. Und ich glaube einfach, man braucht diese Ruhe. Wir haben hier zweimal die Eins, doppelte Neustartenergie, um wieder zu sich selber zu finden. Um ein bisschen Abstand zu dieser Situation zu finden, um irgendwie die eigene Mitte wieder zu spüren. Um sich auch Gedanken zu machen darüber, was ist jetzt eigentlich passiert. Oder was läuft da gerade eigentlich? Was läuft denn da gerade? Ich glaube, dass du jemand bist, der trotzdem immer wieder ins Vertrauen kommt, es immer wieder schafft, sich neu auszurichten und zu sagen, ja, okay, das war jetzt nicht so toll oder das ist gerade nicht so gut, wie es sich darstellt, aber wir kriegen das hin. Ich glaube, dass du jemand bist, der immer wieder die Hand reicht, der immer wieder den Weg findet, der immer wieder den roten Faden findet. So geht es weiter, das ist der nächste Schritt, ja. Während diese Person so ein bisschen Träumer ist, also es ist ja echt brutal bei euch hier jetzt. Das ist wirklich brutal. Hier ist jemand nicht bereit, offen zu sein, ehrlich zu sein, konkret zu sein. Und man macht dann lieber einen Cut. Man bricht dann lieber ab oder man bricht aus und haut ab regelrecht. Diese Person wirkt sich auf euer Miteinander wie ein Erfolgsverhinderer, also er oder sie ist der Störfaktor. Es tut mir echt leid, wenn ich das so sagen muss, aber man rennt bei dieser Person oder du rennst bei dieser Person völlig gegen eine Wand. Ich habe so das Gefühl, du kämpfst gegen Windmühlen wie Don Quixote, egal was du machst, egal wie viel du machst. Hier haben wir die Wand, also den Berg, hier haben wir die Wand, Hindernisse, Hindernisse. Aber die doppelte Neustartenergie, das ist, du weißt letztendlich, und ich glaube, du weißt es tief in dir drin. Und letztendlich will diese Person auch das, was du willst, aber das spürst du tief in dir drin, du weißt es auch. Aber ihr habt noch keinen Weg gefunden und du hast auch noch keinen Weg gefunden, wirklich zu dieser Person vorzudringen. Was auch immer der Grund dafür ist, den sehe ich jetzt nicht. Hier haben wir das Schwert des Magiers liegen mit auf den eigenen Zauber vertrauen. Und das gefällt mir gut, weil ich glaube, dass das so deine Energie ist. Du hältst dieses Schwert hoch und es erinnert mich wahnsinnig an das Ast der Schwerter. Und es steht für mich einfach für klare Kommunikation, Klarheit, Transparenz, Offenheit für Gespräche. Und Asse haben auch immer eine Neustartenergie. Das heißt, egal wie oft du hier dagegen rennst und dir hier die Stirn blutig schlägst ungefähr, du hast trotzdem, sobald du in die Ruhe gehst, wieder die Kraft, Anlauf zu nehmen und weiterzugehen. Ich glaube, die hast du noch, auch wenn es dich schon ein paar Mal auf den Hintern gesetzt hat. Und hier haben wir das Mondmädchen mit den Neuanfängen. Auch die Neuanfänge sind ja eine Neustartenergie. Und 4 und 1 ist 5, die 5er Karten im klassischen Tarot sind für mich immer die Karten, wo man was tut. Also du bist immer wieder bereit, in die Ruhephase zu gehen oder eine Ruhephase zu tolerieren, dich auf dich selber zu besinnen, dir auch Gedanken zu machen, wie kann ich bei mir bleiben, wie bleibe ich in der Kraft, was könnte ich noch machen oder wo wären Lösungsbeispiele in meiner Bekanntschaft, wem geht es vielleicht so oder wem geht es ähnlich und wo könnte ich mir Unterstützung holen, wo kann ich mal hingehen, drüber sprechen, wer könnte uns unterstützen, vielleicht fehlen euch auch, was weiß ich, im finanziellen Bereich einige Dinge, vielleicht fehlt euch da Klarheit, vielleicht fehlen euch auch wichtige Informationen, wenn er sie sich noch irgendwo rauslösen muss, was sorgerecht, Unterhalt und so weiter. Also rechtliches Wissen, behördliches Wissen anbelangt. Vielleicht ist diese Person einfach gnadenlos überfordert und steht hier selber vor einer Wand. 5 und 6 ist auch 11. Das ist überwindbar. Also wieder Neustartenergie. Diese Wand ist zu durchbrechen. Also vielleicht zieht diese Person, weil dieses bunte Gefieder, ja, und dieses Fabelwesens ist, ja, deutet einfach auch auf dieses, wie soll ich sagen, dieses Bunte, dieses so ein bisschen auf Paradiesvogel, ja, so oberflächlich, schnelllebig, vielleicht unkonzentriert auch, weil wir haben hier diese Augen von dem Tier, wenn du anschaust, die sind sehr fokussiert. Und es kann durchaus sein, dass diese Person einfach ganz schlecht den Fokus halten kann, viel zu schnell abgelenkt ist, sich ablenken lässt, weil man einfach recht schnell überfordert ist. Nicht nur herausgefordert, sondern überfordert. Und dann sieht man natürlich immer gleich ein Hindernis, immer gleich eine Wand. Du bist aber als Erdzeichen grundsätzlich sehr strukturiert, sehr ordnungsliebend. Und du hast relativ schnell immer alles analysiert und überblickt und natürlich dann auch, ja, relativ schnell eine Strategie oder einen Fahrplan an der Hand. Diese Person scheint mir aber nicht so zu sein. Du bist eher der geerdete Typ, der solide und diese Person, habe ich so das Gefühl, ist eher der oder die Träumerin, der Träumer, die Träumerin. Nicht so bei der Sache, vielleicht ein bisschen Larifari und man sollte eher den Fokus halten. Also so nehme ich das schon wahr. Hier haben wir auch eine 10. Hier haben wir eine 10. Hier haben wir eine 10. Und für mich heißt es einfach, dass man hier ins Vertrauen kommt. Und durch das, dass man ins Vertrauen kommt, schafft man es auch immer wieder für diesen Neuanfang. Das kann sein, dass ihr es mit jemandem, ich kriege es schon gar nicht mehr raus, mit jemandem zu tun habt, mit dem es immer so ein On- und Off-Ding ist, weil man immer wieder rausbricht, weil man immer wieder abbricht, weil man sich immer wieder davon schleicht. Und weil man vor allen Dingen nicht spricht. Ich habe richtig einen Knödel immer. Es ist schrecklich bei dieser Legung, ehrlich. Hier muss unbedingt geredet werden. Wie schafft man es? Vor allen Dingen diese Person ist ja nicht allein. Du bist ja bereit, hier zu unterstützen. Ich glaube einfach, dass diese Person mit dieser Verbindung, vielleicht sogar mit dir, total überfordert ist. Du weißt viel mehr, du kannst viel mehr. Vielleicht ist das auch so ein Ding. Da kann ich nicht mithalten. Da kann ich nicht mithalten. Das ist mir zu krass, zu viel. Da kann ich eh nicht mithalten. Das kriege ich auch gerade rein. Da kann ich eh nicht mithalten. Man hält dich für besser. Wir haben hier die Seelengespräche. Auch wenn wir keinen Kontakt haben, bin ich immer an deiner Seite. Egal wie viele Kilometer uns auch trennen, wir sind immer miteinander verbunden. Ich spüre sofort, wenn du traurig bist. Unsere Seelen sind so fest miteinander verbunden, wie siamesische Zwillinge. Nimmst du sie wahr, die liebevollen Gedanken und Gefühle, die ich dir schicke. Jedes Zeichen ist ein Gruß von mir. Wenn du mich vermisst, dann lass deine Seele sprechen. Sei gewiss, dass deine Worte mich erreichen. Und das ist es. Tief in dir drin weißt du das. Du spürst das. Ich meine, ihr Jungfrauen, ihr habt eine ganz hochspirituelle Ader. und analytische Fähigkeiten. Und tief in dir weißt du das. Du spürst es. Du spürst es bis runter in deinen kleinen See, dass da was ist. Und dass er oder sie das doch auch möchte. Dieses Band zwischen euch, das ist unheimlich stark. Aber ihr seid grundverschieden. Vom Typ her, ihr seid grundverschieden. Was mir trotz alledem jetzt gefällt, ist, dass wir hier eine 4 haben. 1 und 3 ist 4. Und 4, weißt du, ist für mich immer wie ein Aufstieg. Also der Weg zum Aufstieg. Warum? Weil alle guten Dinge sind 3. Und wenn ich eine 4 habe, ist es noch besser. Dann bin ich auf dem Weg zu sehr gut. Ja? Alle guten Dinge sind 3. Und die 4 ist ja nochmal 1 drüber. 4 und 1 gibt 5. Die 5, wenn wir daran denken, ans Tarot, die 5er Karten sind die, wo man was tut. Oder auch was tun möchte. Und ich glaube, es dauert nicht mehr so lang. Und dann ist diese Person auch bereit, etwas dafür zu tun. Aber ich habe den Eindruck, man muss hier erst ein Hindernis bewältigen. Du dieses Hindernis zu dieser Person und diese Person muss aber selber ihren eigenen Schweinehund hier erstmal besänftigen. Und hier haben wir den Abschied. Du fragst dich, warum ich so zurückhaltend bin und mich nicht mehr bei dir melde, weil es manchmal einfach besser ist, einen Schlussstrich zu ziehen. Dieser Schritt ist für mich die einzige Möglichkeit, um zu mir selbst zu finden. vielleicht muss ich dich jetzt loslassen, um zu spüren, wie sehr ich dich eigentlich brauche. Auch wenn gerade nicht alles danach aussieht, es ist nur ein kurzer Abschied. Denn was ich brauche, ist Zeit. Das wollen wir ja immer alle hören. Aber ich glaube, diese Person kommt mit sich und mit den Gefühlen und mit dir und euer Miteinander überhaupt nicht klar. Gar nicht. Und man braucht einen Rückzug. Man muss sich hier wieder irgendwie ordnen, man muss sich hier besinnen, bis man dann wieder angetanzt kommt. Das ist natürlich auch nicht so toll, weil man ja einfach immer wieder dieses On-Off hat und du ja genauso in dieser On-Off-Situation mit drinsteckst. Es ist natürlich die Frage, wie oft machst du das mit? Willst du das? Wie gut tut dir das? Ich nehme nämlich an, nicht so gut. Ich habe es beim Mischen, wie gesagt, schon bemerkt, dass du ermüdet bist, erschöpft bist. Hier heißt es, wenn du eine Entscheidung treffen musst, triff sie bedacht. Sei gewiss, dass sie gut für dich sein wird, ganz gleich, wie du dich entscheidest. Wenn du Entscheidungen nicht an Bedingungen, Ziele und Erwartungen knüpfst, werden sie dir Früchte und Freude bringen. Hier geht es ums Loslassen. Lass los. Jungfrau, weißt du, du kannst es nicht erzwingen. Egal, was die Ursache ist, warum diese Person sich so verhält dir gegenüber. Das ist mal außen vor, aber es geht darum, dass diese Person ja selber erstmal klarkommen muss. mit seinen eigenen Herausforderungen, mit seinen eigenen Hindernissen. Wenn das nicht passiert, dann kriegst du das nicht abgebaut. Verstehst du? Dann dringst du nicht durch zu diesem Mensch und dieser Mensch muss erstmal seinen eigenen, ja, wie gesagt, Schweinehund hier bewältigen und muss vor allen Dingen auch, ja, das, was ihn abhält, vom Fühlen, vom Zulassen. Ich sage, es geht diesen Monat ganz stark auch um Empathie und um mal reinzuspüren, was man dir damit eigentlich antut, mit so einem Verhalten. Du kannst alles schaffen, wenn du an dich glaubst. Du kannst nur an dich glauben, wenn du deine wahre Größe erkannt hast. Finde heraus, was du in Wirklichkeit bist und halte nicht an etwas fest, was vergänglich ist. Also, Vergangenheitsbewältigung. Hier, inneren Richter zum Schweigen bringen, den Schweinehund hier besänftigen und sich auf die Zukunft ausrichten und sich auf die Gegenwart fokussieren. Was ist jetzt wichtig? Im Jetzt. Wer sich ein glückliches Jetzt schafft, eine glückliche Gegenwart, der hat in der Zukunft auch eine schöne Vergangenheit. Du kannst das nicht bewältigen. Du kannst hier keine Türen öffnen. Du kannst zwar immer wieder präsent sein, wenn diese Person angetanzt kommt. Ja, aber die Frage ist halt, weißt du, du bist auch ein wichtiger Mensch. In erster Linie bist du es. Und von dem her gesehen musst du auch schauen, dass du in deiner Mitte bleibst, in deiner Gesundheit auch bleibst. Ich glaube nicht, dass dir das gut tut. Ja. Und von dem her gesehen ist es halt ganz wichtig, dass du hier mit den Wegen und mit dem Schwert sind einige von euch bereits an dem Punkt, wo sie sagen, wie lange kann ich da noch durchhalten? Wie lange kann ich das noch mitmachen? Hier kommt schon die Klarheit rein. Wie lange kann ich immer wieder von vorne anfangen? Auch wenn du diese Person liebst und wenn du ja vollen Herzens mit dabei bist, ja was nutzt dir das, wenn diese Person dir aber nicht das bieten kann, was du so sehr brauchst und dich immer wieder wegstößt und immer wieder mauert und du weißt auch, dass dann der Weg eventuell ein anderer sein wird mit jemand anderem. Also du du führst dir das vor Augen, sagen wir so, du führst dir das vor Augen. Es sind einige von euch da schon sehr realistisch. Jungfrau halt. Träumer gibt es natürlich auch bei den Jungfrauen, logisch. Aber ich nehme hier schon wahr, dass die meisten von euch hier sehr realistisch sind. Eigentlich einfach auch aus Selbstfürsorge und Selbstschutz heraus, weil man sich nicht auf Dauer verletzen lassen möchte, weil man aber auch die Klarheit braucht und weil man ja selber gesprächsbereit ist. Aber zum Gespräch kann halt zwei. Veränderung beginnt in dir. Werde weicher, transparenter und klarer, damit sich das Leben mit dir verändern kann. Du allein bist für dein Leben verantwortlich. Sei dir dessen bewusst und löse dich nach und nach von alten Gewohnheiten, die nicht mehr zu dir gehören. Also Altlasten beseitigen. Diese Person muss Altlasten beseitigen. Das haben wir jetzt ein paar Mal gehört. Das ist das, was euch im Weg steht. Aber das kannst nicht du, liebe Jungfrau. Das kannst du nicht. Auch wenn du noch so viele Ratschläge gibst und noch so oft die Hand reichst und immer wieder die Tür aufmachst, damit diese Person einen Fuß durchsetzen kann oder deine Tür nie ganz schließt, immer einen Spalt offen lässt, das weiß diese Person. Und solange du das tust und immer wieder das machst und immer wieder diese Präsenz zeigst und den guten Willen zum schlechten Spiel, wird diese Person nicht in die Veränderung gehen. Warum denn auch? Du machst es ihm oder ihr doch leichter. Du bietest einen zweiten Weg an. Geh doch den leichteren Weg. Du kannst wieder durch meine Tür kommen. Das ist etwas, das muss diese Person selber machen, selber bewältigen. Ich lese dir den jetzt gerade mal vor, diesen Stapel von den Artemid-Karten. Hier heißt es nämlich, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Diese Person hat, der fehlt die Vorstellungskraft, die du hast. Der fehlt die Vorstellungskraft des Visualisieren des großen Ganzen. Man sieht nur jetzt das Hindernis, aber man sieht nicht, was nach dem Hindernis ist. Oder man sieht, man steht so nah vor dem, vor etwas, dass man nur das große Ganze sieht, statt dass man vielleicht ein bisschen in den Abstand geht, um die Details zu betrachten. Du kannst das. Aber diese Person nicht. Hier heißt es, Gefühle kommen und gehen wie Wolken am Himmel. Das achtsame Atmen ist mein Anker im Hier und Jetzt. Diese Person ist überall und nirgends, nur nicht im Hier und Jetzt. Nur nicht fokussiert auf das, was wirklich wichtig ist, was jetzt ansteht. Nämlich seinen eigenen Dreck unter dem Teppich hier wegzukehren. Mache ich morgen. Mache ich morgen. Schiebe ich auf. Hier prokrastiniert jemand. Man kümmert sich nicht um das wirklich Wesentliche. Weil die Herausforderung keine Herausforderung ist, die man annehmen könnte, sondern ein Problem. Und jetzt schauen wir zusammen in die Engelsbotschaften. Jetzt bin ich gespannt, was er da noch gesagt bekommt. Ein Gefühlsverweigerer ist diese Person auch, weil wer leben kann, ist glücklich. Hier geht es ums Zulassen. Warum man es nicht zulassen kann, das werde ich, denke ich, im weiterführenden Reading erfahren. Aber es gibt für alles eine Lösung. Immer. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber die gibt es ganz bestimmt. Abend. Und dann Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Was ist das? So, sehr schön. Zeige deine Individualität, lass dein wahres Selbst leuchten, denn du bist wirklich beeindruckend. Also, hier wird diese Person aufgefordert, zeig dich endlich, wie du bist. Zeig dein Inneres, krempel dein Inneres nach außen und lass die Jungfrau, also dich quasi auch mal über die Mauer schauen. Lass doch mal reinschauen in deine Karten und sei ehrlich und sei offen und zeig dich von außen wie von innen. Und was ich auch, warum ich sie hier so ein bisschen gelacht habe während des Auslegens, hier haben wir die Tagträume. Was habe ich dir gesagt vorhin im ersten Stapel zu dieser Karte? Warte, ich suche sie dir noch mal raus. Ich muss sie einfach noch mal raussuchen. Wo ist sie? Ja. Da habe ich auch gesagt, dieses Bunte hier, dass es so ein bisschen oberflächlich wird, so ein Träumer. Nicht fokussiert sein. Tagträume, da ist man auch nicht fokussiert. Da schweift man ab, man sinniert vor sich hin. Hier geht es darum, den Fokus zu behalten. Konzentrier dich auf das Wesentliche. Konzentrier dich aufs Hier und Jetzt. Ja. Tagträume, hier heißt es, du wirst unsere Botschaften leichter hören, wenn du dich regelmäßig der wohltuenden Beschäftigung des Tagträumens hingibst. Entspanne dich und öffne dein Herz dem Empfangen, ohne deine Gedanken zu dirigieren. Achte einfach nur auf jegliche Gefühle, Visionen oder Ideen, so als würdest du einen Film anschauen. Dies ist die Quelle wahrer Kreativität. Aber ja, da schöpft diese Person Kraft raus. Diese Ruhemomente, da schöpft diese Person Kraft raus. Das Tagträumen beruhigt diesen Geist, beruhigt diese Person. Und dann kann man sich wieder konzentrieren. Frage ist immer, wie lange? Hier haben wir die Macht liegen. Wir haben hier einen roten Rahmen. Und für mich ist das einfach die Macht der Liebe, die hier Einzug hält bei dieser Person. Und damit ist man halt komplett überfordert. Glück ist Liebe, nichts anderes. Diese Person tut ja so, als wäre das eine Katastrophe schon fast. Hier muss man loslassen. Schau mal, wie sie daran festhält. Und der grüne Rahmen fürs Herzchakra. Hier ist ein Sprung drin in dieser Vase. Hier fließt das Wasser raus. Die Gefühle, die da drinnen sind in dieser Amphore, die wollen raus. Und sie hält und hält und hält. Und da sucht sich das Wasser schon seinen Weg. Die Gefühle suchen sich den Weg. Und egal, was im Vorfeld war, was dieser Person widerfahren ist oder wo man vielleicht noch drinsteckt, egal in welchem Chaos man vielleicht noch drinnen ist, es gibt für alles eine Lösung. Und hier heißt es nochmal, loslassen. Mensch, arbeite mit Erzengel Michael zusammen, um alles loszulassen, was nicht länger dir oder deiner Lebensaufgabe dient. Und dieser Engel hält hier ein kleines Vögelchen in der Hand. Schau mal her. Guck mal. Ein kleines Vögelchen. Und er muss es freilassen, damit es mit den großen Vögeln da oben mitfliegen kann. Dieser Vogel ist nicht allein. Er kann sich diesem Schwarm da oben anschließen. Ja. Vielleicht sind da noch Schutzbefohlene. Vielleicht sind da noch Kinder, wo man Angst hat, loszulassen, sich frei zu machen, wenn Papa plötzlich geht und auszieht oder Mama sagt, du, ich und Papa, wir haben uns nicht mehr lieb oder so, so wie früher. Das kann schon sein. Oder man muss irgendjemand anderen loslassen, der schwächer wirkt, der vielleicht krank ist, der irgendwas hat, wo man an für sich selber das Gefühl hat, man müsste ihn oder sie beschützen. Und man könnte es vielleicht nicht verantworten, sich aus dieser Verbindung herauszulösen. mir kommt gerade, ich glaube, das war 2019 oder 2020, schon eine Weile her, da hatte ich einen älteren Herrn hier bei mir als Klient und er war verheiratet und seine Frau war, also er war super rüstig, ganz fitter, geistig, wie körperlich aktiver Mensch und und die Frau, die um einiges jünger war wie er, war aber extrem krank und war quasi Pflegefall und er musste sie in eine betreute Heim, also Einrichtung, in ein Heim geben, weil sie musste beatmet werden und künstlich ernährt werden und es ging ihr halt einfach sehr, sehr schlecht und er konnte sie zu Hause auf keinen Fall mehr betreuen. Er ist immer zu ihr gefahren, er hat sie immer besucht und er war auch jeden Tag bei ihr, aber er hat für sich selber irgendwie komplett aus der Spur komplett aus der Bahn geraten. Er hat im Endeffekt trotzdem nur noch für sie gelebt, also gegessen, geschlafen, das Haus einigermaßen geputzt in Anführungszeichen und dann ist er halt zu ihr gefahren, aber er hat sich halt komplett vergessen, er ist da gesessen, hat ihr was vorgelesen, hat ihr irgendwelche Fotos gezeigt oder so von den Kindern, von den Enkelkindern und so weiter, vom Garten, aber er hat sich furchtbar einsam gefühlt, schrecklich einsam, er konnte sich mit ihr nicht unterhalten, er wusste nicht, was versteht sie, was kommt da an bei ihr, und was ihm auch gefehlt hat, war Nähe, eine Umarmung, jemand, der liebevoll zu ihm ist, er hat nur die Gedanken gehabt an sie und die Erinnerung, die ist ihm geblieben, ja, Dinge auch zu Hause, die ihn permanent an sie erinnert haben und ja, irgendwann war es halt so, dass er, ich glaube, mit irgendeinem ehemaligen, was weiß ich, Berufskollegen oder Schulfreund oder ich weiß nicht, also jemand, den er halt schon ewig kennt, war er essen und bei diesem Essen haben sie sich, also es war sehr voll, sie haben keinen Tisch reserviert und sie sind an einen anderen Tisch platziert worden vom Kellner und da saßen drei Damen, drei Freundinnen und die waren dort auch essen und die haben gesagt, ja, selbstverständlich können sie sich zu uns setzen, die beiden Herren und da sind die halt ins Gespräch gekommen und die haben sich alle recht gut verstanden miteinander und dann hat man ausgemacht, dass man sich doch wieder trifft und dann hat er mir erzählt, habe ich beim Rausgehen und dann habe ich zu ihm gesagt, du, das war jetzt echt eine dumme Idee, das mache ich nicht und der Freund hat gesagt, ja, warum denn nicht, warum denn nicht, es ist doch nur ein Treffen, es ist doch nur ein Reden und er hat sich halt tatsächlich im Laufe der Zeit, man hat sich halt dann immer wieder getroffen, man hat immer wieder Kontakt gehalten, die fünf und aus ihm und noch einer Dame hat sich halt was entwickelt und frage nicht, was das mit ihm gemacht hat, du meine Güte, also der ist sich ja sowas von im Weg gestanden und die Kinder und die Enkelkinder und die Nachbarn und der ganze Ort und der Freund und überhaupt jeder so ungefähr war wichtig, nur sein eigenes Glück nicht, ja, ich möchte das einfach nur kurz erwähnen, weil ich das Gefühl habe, dass es auch dieser Person so geht, wie diesem Herrn, man steht sich selber im Weg aus irgendwelchen Schuldgefühlen, aus irgendwelchen weiß ich nicht, es gibt für alles eine Lösung, man muss halt offen sein, miteinander reden, bei Ängstlichkeit richte deinen Fokus auf dienen, heißt es hier, richte deine Intention voll auf die Antwort der Frage, wie kann ich zur Verbesserung der Welt beitragen und das Gesetz und das Gesetz der Anziehung wird automatisch deine Bedürfnisse erfüllen. Wenn diese Person jemand anderen beschützen möchte, unterstützen muss, Hilfe, Leistung erbringen muss, dass da auch noch eine Betreuungspflicht oder irgendwas dahinter steckt, dann kann man das trotzdem tun, aber deswegen darf man selber auch nicht unglücklich sein dabei oder auf alles verzichten, nur für jemand anderen, Kinder sind nicht glücklich, wenn der Papa unglücklich ist oder die Mama. Das macht die Kinder auch nicht glücklich, wenn sie den Papa traurig sehen. Kinder wollen glückliche Eltern und wenn das mal so eine Situation ist, jetzt zum Beispiel schauen ja auch ältere Zoo, ältere Zoo sehr, dann du im Hadern sein solltest, jetzt habe ich jemanden kennengelernt, aber mein Mann ist im Pflegeheim, meine Mama oder meine Mama, mein Mann ist im Pflegeheim, meine Frau ist im Pflegeheim, dann weißt du, ich bin auch schon über 30 Jahre mit meinem Mann zusammen und ich liebe meinen Mann sehr und ja, ich wäre eifersüchtig, wenn da jetzt irgendwas wäre, natürlich, aber wenn mit mir sowas wäre und ich wäre jetzt in einer betreuten Einrichtung und ich könnte meinem Mann keinen Kuss mehr geben, ihn nicht mehr in den Arm nehmen, ihm nicht mehr sagen, dass ich ihn liebe, ihn nicht mehr streicheln, halten und für ihn da sein, dann würde ich mir von aus tiefstem Herzen wünschen, dass es jemanden gibt, der das für mich tut, weil er es verdient hat und du hast es auch verdient oder diese Person. Höre auf deine intuitiven Gefühle, dein Körper empfängt die Botschaften des Göttlichen, also lass los, das Universum unterstützt dich dabei, lass los, lass los und wenn du weinen musst, dann weinen, der Körper sucht sich ein Ventil, das ist nichts Schlimmes. Wenn man weint, dann sind die Gefühle einfach nur so intensiv und so stark vorhanden, so viel, dass es das Herz momentan nicht alleine packt und deswegen sucht sich ein Ventil über deine Augen und dann musst du einfach weinen und danach ist es wieder leichter. die Gefühle schaffen sich somit mehr Raum und hier heißt es noch das Krafttier, dein geistiger Tierführer schützt dich und hilft dir in dieser Situation. Also, es ist auch ein Tier irgendwie um diese Person rum, vielleicht hat die Person selber irgendwie, was weiß ich, Katzen, die ums Haus rum sind oder in einem Garten, wo mal ein Häschen kommt oder was auch immer und Vögel, eine Elster, ein Rabe, was auch immer, die ja, unterstützend wirken. Wer an sowas glaubt, Krafttiere, also ich finde schon, dass man zu Tieren eine Verbindung aufbauen kann, vielleicht ist diese Person auch sehr tierlieb. Bei mir persönlich ist es auch so, ich habe auch ein Elsterpärchen, ein Rabenpärchen bei mir im Garten und da bin ich auch sehr froh, weil dann bleibt der Fischreiher weg und einen von diesen Raben, der Pino, den kennen wir schon von klein auf und wir füttern ihn auch und ich habe überhaupt sehr viele große und kleine Vögel in meinem Garten, ich finde das auch sehr wichtig, und auch, dass man die Vögel regelmäßig füttert mit gutem Futter, weil die Vögel viel zu dünn sind, also wirklich viel zu dünn teilweise und nicht mehr das finden, was sie vielleicht früher gefunden haben. Ich habe da auch jetzt eine Dokumentation gesehen, dass die Vögel einfach ja, einfach sehr, sehr dünn sind unterhalb des Gefieders und das finde ich immer wieder erschreckend und deswegen tue ich das und wir haben Igel und wir haben Fische und Kaninchen und Schildkröten und wir sind überhaupt ein sehr tierlieber Haushalt hier und Enten und ja, ich hoffe, ich kriege noch Hühner, das wäre super, da würde ich mich drauf freuen. Ein Hund, Katzen auch, natürlich, aber die geben einem Kraft, die erden einen auch und wenn man mal Blickkontakt hält mit einem Raben zum Beispiel, die sind ja unheimlich klug und die können, die können dich auch richtig fixieren oder mit irgendeinem anderen Tier, mit einer Katze vielleicht auch, ja, also ich finde schon, dass das einen Effekt auf uns hat. Auch das Schnurren einer Katze wirkt beruhigend, ja, vielleicht hat diese Person eine Katze und wenn man zum Beispiel mal Schläfen-Nickerchen macht oder so und diese Katze legt sich mit dazu und man hört auf dieses Schnurren und man kann hier besser atmen, man kann auf seinen Atem hören und wir hatten ja hier schon mal in den Atem-Karten hatten wir das ja auch das achtsame Atmen ist mein Anker im Hier und Jetzt und es tut dieser Person vielleicht ganz gut den eigenen Hund, die eigene Katze hier unterstützend einfach mit zu erfahren. Wir haben hier noch die Vergebung liegen und wir haben das Aktivwerden. Hier muss man sich selber vergeben, weil man muss nicht immer 100% geben, man hat selbst auch Rechte, nicht nur Pflichten und vergib auch du dieser Person, wenn man hier sich schwer tut, loszulassen, von jemandem vielleicht langsam Abstand zu nehmen. Vielleicht trauert dieser Mensch auch. Auch das kann sein, dass man die Trauer loslassen muss. Ja, in Anführungszeichen loslassen. Man lernt damit zu leben. Das kann ich dir selber sagen, weil ich selber ein Kind verloren habe und ich weiß, wie das ist, wie groß der Schmerz ist und das kann man nicht loslassen, niemals, aber man lernt Stück für Stück damit zu leben. Und es gibt auch wieder Glück. Das sieht anders aus, es fühlt sich anders an, aber es ist trotzdem Glück. Und hier heißt es eben aktiv werden. Nimm das Zepter in die Hand. Und wir hatten die Fünferkarte vorhin im ersten Stapel und wir hatten hier oben eben, ich zeige dir diese Karte noch mal, da haben wir 1 und 3 ist 4 und 4 ist für mich der Aufstieg. Also diese Person wird aufgefordert, aktiv zu werden. Mach, geh in die Umsetzung. Und wenn du, liebe Jungfrau, jetzt sagst, ja, das ist genau das, worin ich oder worin wir uns befinden, ich mit meinem Gegenüber beziehungsweise wir steuern da gerade rein, dann begleite mich doch gerne ins weiterführende Reading und wir schauen gemeinsam ein bisschen tiefer in eure Situation. Ansonsten, wenn dem nicht so sein sollte und du ja nicht mit mir gemeinsam jetzt ins weiterführende Reading gucken willst, möchte ich dir gerne mitgeben, bleibe bei dir, konzentriere dich auf dich, dass du stabil bleibst und konzentriere dich auf dein eigenes Herz, denn du kannst letztendlich hier nicht wirklich viel tun, diese Person muss hier selber zu Gange kommen, muss hier selber was tun und erst dann kannst du die Hand reichen, kannst sagen, okay, ich bin für dich da. Ich meine, du kannst es anbieten, selbstverständlich, aber dieses On und Off würde ich nicht tolerieren weiterhin, weil sonst kommt es nicht dazu, dass diese Person in die Umsetzung geht, also der, das ist jemand, ein Mensch, ja, da muss man wirklich das Gesicht in den, Entschuldigung, in den Dreck tunken, ja, da, hier, spielt die Musik, Freundchen, da, ja, weil sonst rennt man um den Teller rum, verstehst du, wie die Katze im heißen Brei und prokrastiniert. Liebe Jungfrau, ich weiß, ist nicht ganz einfach, ist schon ein bisschen schwierig, diese ganze Sache, weil du es nicht kontrollieren kannst und du die Fäden nicht ziehst, logisch, aber, ich sage immer, sei du souverän, geh du voraus, mach du, im Endeffekt hier, also biete Klarheit, dass diese Person weiß, okay, keine Spielchen, ich muss hier transparent sein, das und das kann ich dieser Person nicht bieten, es macht die nicht mit oder nicht mehr und dann wird man sich auch dazu durchringen können, ja, in die eigene Initiative zu gehen und Verantwortung zu übernehmen für, ja, die eigenen Herausforderungen oder Probleme. Denn wichtig ist das eigene Glück und Glück ist Liebe, ganz einfach, das wird diese Person auch zu spüren bekommen, denn das ist ein Schmerz, der in einem sitzt, ja. In diesem Sinne hoffe ich, dir ein bisschen einen Überblick gegeben zu haben, ein bisschen mehr Verständnis für diese Person und wenn wir uns gleich sehen, freue ich mich natürlich und allen anderen wünsche ich alles Liebe, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und ich würde mich sehr, sehr freuen, in diesem Monat gibt es noch weitere zusätzliche Erlegungen, eben ab Juni, einmal die Woche, habe ich so geplant, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns zum nächsten Orakel wiedersehen und mach's gut, bis dahin, Tschüss. Tschüss.